Ach, Dobi-Tunz! Schatzi? Schatzi, bitte noch wahr? Schatzi! Ähm, äh, was? Schatzi, ich habe nachgedacht. Und ich bin ja jetzt nie mehr illegal hier in Deutschland, ne? Ja, also, das ist richtig, aber, also, was, also... Genau, Schatzi. Und deshalb will ich, dass wir ab morgen rausgehen. Ich bin ja immer eingespannt in dieses Haus. Wie würde ich leben mit dir? Also, ähm, das, also, geht, geht aber nicht so einfach. Oh, doch, Schatzi. Bitte denn nicht, Herr? Ich habe doch meine Reste hier in diesem Land, ja? Ja, also, weil, also, äh, ich dir das nicht erlauben. Wir reden, also, morgen nochmal darüber. Ich will jetzt, also, im Schlaf. Sagst du dir bald jetzt? Du willst gar nicht, dass ich legal bin in diesem Land, ja? Ist doch so. Doch, natürlich, Schatz. Ich, also, habe mich doch für das neue Gesetz, also, persönlich stark gemacht. Und warum möchtest du mich dann immer noch gefangen in diesem Haus? Bin ich denn unangenehm für die Leute draußen, ha? Nein, also, ich meine, ich will nur nicht, dass man uns, also, ähm, wie soll ich sagen? Ich habe ja, also, auch eine gewisse, äh, also, Außenwirkung als Minister. Ah, Schatzi, das Schwachsinn. Deine alten Bäckung ist sowieso verarscht, dass du laut ein bisschen dabei bist, über Gawanna. Ähm, also, was soll das denn jetzt, äh, also, werden? Ich, hau ab. Ich habe schnappt ein Feuer davon, dass du mich hier versteckst, Zuhause. Und immer nur benötigt, wenn du gerade Bock hast. Ähm, aber, Schatz, du kannst doch, äh, also, jetzt nicht einfach so, also, gehen. Oh, doch. Ich kann und ich werde lebo, mein Schatzi. Aber, Schatz, ich, also, ähm... Äh, Entschuldigung. Was soll die Scheiße jetzt, bitte? Die Alte darf jetzt draußen frei rumlaufen und wir müssen uns hier immer noch verstecken, oder was? Ich glaube, es hakt, Alter.